Herzlich willkommen zu unserer Videoreihe Tipps und Tricks in Revit. In unserem heutigen Thema geht es um Treppen und zwar wollen wir uns anschauen, was der Unterschied zwischen der Einzeltreppe und der zusammengesetzten Treppe ist. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Wie ihr sehen könnt, sind bereits zwei Dateien geöffnet. Auf der linken Seite ist die Treppe aus Einzelnelementen erstellt und auf der rechten Seite ist es eine zusammengesetzte Treppe. Die Treppen sehen tatsächlich nahezu identisch aus und anhand dieser Treppenerzeugung wollen wir vielleicht vorab nochmal so die Vor- und Nachteile der Funktionen ausarbeiten und im zweiten Step dann vielleicht mal detailliert in die einzelnen Elemente reinschauen. Für die Gegenüberstellung habe ich eine Tabelle erzeugt und hier können wir verschiedenste Rubriken betrachten. Beginnen würde ich gerne mit dem Thema Genauigkeit. Was sind da die Unterschiede? Und zwar bei der Einzeltreppe kann man wesentlich genauer modellieren, weil die Auftrittsbreite und Höhe einzeln definiert werden kann. Das schauen wir uns im Nachgang auch nochmal ein Beispiel an. Speziell beim Podest sieht man dann ganz deutlich die Abweichung. Die zusammengesetzte Treppe, die hat durchgehend eine einheitliche Auftrittsbreit und Höhe. Und diese wird halt tatsächlich über die gesamte Treppenkonstruktion verwendet, als wenn die Treppe aus mehreren Teiltreppen besteht. Der Schwierigkeitsgrad der Modellierung ist halt tatsächlich für Einsteiger in die Revit-Modellierung für die Einzeltreppe wesentlich einfacher. Und die zusammengesetzte Treppe ist da doch ein bisschen komplizierter. Erfahrene Modellierer werden je nach Bedarf sich für die eine oder andere Variante entscheiden. Vermutlich wird da der ausschlaggebende Punkt sein, wie verformungsgerecht muss die Treppe dargestellt werden. Ein weiterer Punkt, den wir betrachten können, sind die Geländer. Bei der Einzeltreppe werden halt immer nur die Einzelgeländer auch erstellt. Und meistens hat man Treppenhäuser mit durchgehenden Geländerhandläufen, was halt dann bei den zusammengesetzten Treppen prima auch durchgehend dargestellt ist. In der Einzeltreppe muss man dann ein bisschen händig anmodellieren, was dann optisch oft nicht ganz so schön aussieht. Die Beschriftung ist halt auch relativ identisch. Der einzige Unterschied ist, dass man bei den zusammengesetzten Treppen noch die Gesamttreppenanzahl beschriften kann, was bei den Einzeltreppen nicht funktioniert. Und die Podeste als letzten Punkt. Hier ist bei den Einzeltreppen tatsächlich die händische Podestmodellierung erforderlich, was zum einen den Vorteil hat, dass man vielleicht Unebenheiten mitmodellieren kann, vielleicht so die Schieflagen, wenn man daran denkt, da ein bisschen mehr aufgepasst werden muss und noch ein weiterer Schritt durchgeführt werden muss. Bei der automatischen zusammengesetzten Treppe wird der Podestanschluss automatisch platziert. Und hier ist es halt tatsächlich eine generalisierte Podesthöhe, weil sich die Podesthöhe aus der Anzahl der Steigungen und den Stufenhöhen errechnet. Da hat man weniger Eingriffsmöglichkeiten als bei den Einzeltreppen. Jetzt wollen wir uns das Ganze im Detail anschauen. Vielleicht fangen wir mit den Geländerverbindungen an. Ich hatte ja erwähnt, dass bei den Einzeltreppen auch einzelne Geländer erstellt werden muss. Ich habe es farbig markiert und in diesen Bereichen muss dann halt ein manueller Übergang platziert werden. Das gelingt erfahrungsgemäß eher nur bedingt. Also man muss da mit kleinen Abweichungen rechnen. Beim automatischen Erzeugen der zusammengesetzten Treppe wird der Geländerverlauf gleich durchgehend platziert und man hat einen wirklich sauberen Übergang von Treppengeländer 1 zu Treppengeländer 2. Dann schauen wir uns noch die Podestgeschichte an. Beim Podest gibt es halt mehrere Ansätze. Zum einen war der Punkt mit der Genauigkeit. Bei den Einzeltreppen kann ich wirklich an meiner Podesthöhe aufhören. Ich habe die Podesthöhe hier mal durch die blauen Ebenenlinien dargestellt und der exakte Anschluss ist halt mit der Einzeltreppe wunderbar möglich. Bei der zusammengesetzten Treppe hatte ich ja schon erwähnt, dass die Podesthöhe sich aus der angegebenen Stufenanzahl berechnet und hier kommt es zur Abweichung. Das kann halt von Fall zu Fall mehr oder weniger sein. Bei mir waren es jetzt glaube ich 16 Treppenstufen und ich habe am Ende am Podest eine Abweichung von 1,5 Zentimeter, was bei der Modellierung im Bestand völlig im Rahmen der Toleranzen liegt. Ein weiterer Punkt beim Podestanschluss ist halt, wenn man das Podest händig modellieren muss bei den Einzeltreppen, kriegt man den Übergang der Treppe zum Podest meistens nicht so schön sauber modelliert. Man muss hier händig nochmal nachmodellieren und die kleinen Übergangsstücken platzieren. Bei den zusammengesetzten Treppen werden die Übergänge gleich von vornherein perfekt und sauber modelliert. Damit ist glaube ich ganz deutlich zu erkennen, was der Unterschied zwischen beiden Methoden ist und ich glaube in der Praxis muss man halt von Fall zu Fall entscheiden, mit welcher Methode man arbeitet. Beide haben ihre Daseinsberechtigung und werden auch immer wieder eingesetzt. Das war es bei unserem heutigen Video. Solltet ihr jetzt noch Fragen oder Anregungen haben zu diesem Thema, dann lasst es uns doch gerne wissen. Nutzt dafür einfach die Kommentarfunktion oder schreibt uns eine E-Mail. Alle Infos dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Bis bald! Bis bald!